Was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen wie es heute gibt. Heute haben wir ja hunderte, tausende von einzelnen Kirchen und Konversionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Ja, Teil Nummer 11, die Pfingstbewegung. Die Pfingstbewegung unterscheidet sich von allen anderen Freikirchen. Ich muss eigentlich sagen, dass die Freikirchen, die wir jetzt angeschaut haben, allem relativ ähnlich sind. Die Lehren sind gar nicht so unterschiedlich. Teilweise sind sie auch so ähnlich, dass manche Freikirchen auch schon sich zusammengeschlossen haben. Zum Beispiel die Valdenzer Gemeinde und die Methodisten haben ja in Italien sich zusammengeschlossen, weil ihre Lehren fast gleich sind und auch ihre Ausrichtungen, ihre Denkrichtungen. Die Pfingstbewegung ist anders. Und zwar aus dem Grund, weil sie gerade diesen Bereich des Erlebnisgottesdienstes mit Geistestaufe und mit Umfallen und mit Zungenreden und diese Elemente mit dabei haben. Eigentlich sind sie die ersten gewesen, die das in der Christenheit eingeführt haben. Und das ist der Unterschied zwischen der Pfingstbewegung und den anderen Freikirchen. Obwohl natürlich heute die anderen Freikirchen und auch die anderen Großkirchen teilweise auch über die charismatische Bewegung viele Elemente übernommen haben. Aber das kommt später bei dem Thema, wenn wir auch über die charismatische Bewegung nachdenken werden. Wir haben wieder vier Teile von der Pfingstbewegung. Erstens die Geschichte und die Verbreitung. Zweitens Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens Abweichungen von der Bibel und viertens Hinweise. Beginnen wir mit der Geschichte und der Verbreitung. Ja, es war so, dass eigentlich die Christen schon immer wieder und über viele Jahrhunderte nach Erweckung sich gesehnt haben und dafür gebetet haben. Und es gab ja auch Erweckungsbewegungen, gerade im 19. Jahrhundert sehr viele Erweckungsbewegungen in Europa, in Amerika, auf der ganzen Welt eigentlich. Aber dann gab es so gerade vor 120 Jahren, vor 115 Jahren, gab es auch eine Bewegung, wo man sagte, um 1900 herum, wir wollen dafür beten, dass Gott besonders wirkt. Und dann gab es 1901 einen Pastor namens Charles Fox Parham, der hat eine Ausarbeitung über die Zungenrede gemacht. Und er hat gesagt, dass die Zungenrede so eine Art Kauderwelsch ist. Das heißt, dass man so Dinge sagt, dass man so Laute von sich gibt, die eigentlich keinen Sinn ergeben, aber die hier die biblische Zungenrede sind. Und da hat er eine Ausarbeitung darüber gemacht. Und eigentlich bis dahin gab es dieses Phänomen der Zungenrede in der hat gebetet, man hat sich gegenseitig die Hände aufgelegt und auf einmal geschahen Phänomene, dass die Leute umgefallen sind, dass sie auf einmal nicht mehr bei Bewusstsein waren, dass sie auf einmal die Zungenreden hatten, dass sie Kräfte gespürt haben, die durch sie durchgegangen sind. Und sie sagten, jetzt haben wir endlich die Erweckung, für die wir schon lange gebetet haben. Und das haben sie dann weiter verbreitet und haben dann Gottesdienste gemacht darüber. Und das kam dann von Los Angeles, kam das dann nach Norwegen. Da waren zwei Frauen, zwei Christinnen, Norwegerinnen, die hatten diesen Geist in sich dann und die haben dann auch dieses Hungenreden gehabt und die haben das in Norwegen dann weiter verbreitet. Und die wurden dann eingeladen nach Deutschland, nach Kassel. 1907 gab es dann die sogenannten Kassel der Tage. Da haben wir dann Vorträge gemacht und zuerst nur einige Vorträge und da kamen sehr viele Leute zusammen und waren begeistert und hat man die Vorträge verlängert und hat gesagt, ja, wir müssen das noch länger machen. Aber das war dann teilweise so chaotisch und da gab es solche Ausschreitungen in den Versammlungen. Und ja, das war alles durcheinander, dass die Polizei gerufen wurde und dass die Polizei dort schlichten musste und die Versammlungen sogar beenden und auflösen musste, weil das so ein Durcheinander war. Das heißt, hier war zum ersten Mal in Deutschland dieses Phänomen des Umfallens und dieser Geistestaufe und dieser Zungenrede und die Reaktion darauf war, dass dann es eine Berliner Erklärung gegeben hat. Das heißt, sie hat die Leitung der Kirche gesagt, diese Bewegung ist nicht von Gott. Ich habe die hier mal abgedruckt und zwar das ist die Berliner Erklärung von der pietistischen Gemeinschaftsbewegung. Ich habe mal ein paar Sätze davon hier aufgeschrieben. Da heißt es, die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet, Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistbegabten nachträglich als besessen erwiesen. Höchst interessant. Stellen Sie sich mal vor, heute würde jemand auftreten und würde das über die Charismatiker oder über die Pfingster sagen. Wäre doch heute undenkbar. Würde man sagen, ja, was sind das für Leute? Die sind doch so fanatisch und so, dass man die gleich verurteilt. Aber damals war es so, dass die Leitung der Kirchen noch wesentlich bibeltreuer war. Sie haben die Bibel studiert und haben das mit der Bibel verglichen, was hier geschah und haben gesagt, das stimmt mit dem biblischen Wort nicht überein. Sondern die Phänomene, die man hier sieht, sind eigentlich das Gleiche wie im Spiritismus. Und so ist es auch. Dieses Außer-Kontrolle-Geraten, dieses Zungenreden, dieses Kauderwelschreden, sind Elemente, die aus dem Spiritismus kommen. Und die man in allen anderen Weltreligionen auch hat, wo ekstatische Bewegungen sind. Das findet man im Buddhismus, im Hinduismus, im Judentum, im Islam. Überall findet man diese Art von Wirkungen und von Kräften und von Dingen. Und deswegen ist das eigentlich keine christliche Basis. Man hat dann im Nachhinein versucht, diese Phänomene, die man hier erlebt, mit christlichen Begriffen zu erklären und zu sagen, das ist das, was in der Bibel steht, mit Zungenrede oder mit Geistestaufe und so weiter. Aber das ist es eigentlich nicht. Das heißt also, hier hat noch die Leitung das abgelehnt. Und weil das die Leitung abgelehnt hat, gerade die pietistische Gemeinschaftsleitung, wurden die Menschen, die das gemacht haben, die Christen, die das jetzt, sie glaubten, es wäre ja richtig und gut, die haben jetzt eine eigene Konfession gegründet. Es gab daraufhin den Mülheimer Verband, 1913 ist er gegründet worden. Das heißt, da haben sich die Christen, die jetzt hier diese Phänomene gewollt haben und praktizierten, die haben sich jetzt verbunden und diesen Mülheimer Verband gegründet. Übrigens, die Berliner Erklärung ist eigentlich, so wie sie ist, bis heute nicht widerrufen worden. Es gab zwar in der Zwischenzeit, auch im Jahre 2009, Erklärungen von verschiedenen anderen Gruppen oder auch von der evangelischen Kirche, wo man auch sagte, dass man das wieder anders sehen würde heute. Aber offiziell ist sie nicht widerrufen worden. Ja, und dann gab es dann eben pfingsterische Christen und Bewegungen, die auch dann verbunden waren. 1982 ist dann der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, BFP, gegründet worden. Das heißt, hier haben wir eigentlich die Pfingstgemeinden als eine eigene Konfession, weil sie eben aus den Großkirchen herausgeworfen wurden und nicht akzeptiert wurden. Später, in den 1960er Jahren des vorigen Jahrhunderts, 1960 und später, kam dann die charismatische Bewegung, die die gleichen Phänomene gehabt hat und sichtbar wurden, auch mit dem Umfallen, der Geistestaufe und dem Zungenreden. Und da hat dann die Gemeinschaftsleitung das nicht mehr als satanisch und als dämonisch angesehen. Und da wurde das akzeptiert. Und deswegen ist seitdem eigentlich der Weg offen, die Türen offen für diese Phänomene auch in allen anderen Kirchen. Es gibt eigentlich in jeder Kirche, in jeder Freikirche und dann auch in jeder Großkirche, gibt es solche charismatischen Gruppierungen. Einige sind mehr nüchtern und einige sind sehr extatisch. Auch innerhalb der Pfingstbewegung gibt es einige Kirchen, einige Ortsgemeinden, die sind sehr nüchtern und sogar auch einige, die sogar auch gegenüber der Zungenrede skeptisch eingestellt sind. Und einige sind sehr extatisch, die dann sogar mit Heilungen und mit vielen anderen übernatürlichen Dingen auch ihre Gottesdienste mitgestalten. Deswegen muss man, kann man sagen, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Da muss man auch dann irgendwo sehen, wie das auch zusammenhängt. Was man noch sagen muss, ist, dass die Pfingstgemeinden von ihrer Theologie her eigentlich sehr bibeltreu sind. Ich würde fast sagen, dass es von allen Freikirchen, die sind von ihrem Verständnis der Bibel und von dem, was sie umsetzen wollen, dass sie die Bibel eigentlich am genauesten nehmen und hier am stärksten das in ihrem Alltag umsetzen wollen und am bibeltreuesten eigentlich sind. Der Punkt ist einfach nur der, dass sie in diesem Erlebnis-Religionscharakter, dass sie dort auf einem Weg sind, der mit der Bibel eben schon wohl einige Fragezeichen sind dazu. Ja, die Phänomene, die man hier hat, sind vor allen Dingen, die sie unterscheiden von den anderen Kirchen und Freikirchen. Die Geistestaufe, die Lehre von der Geistestaufe, das auf den Rücken fallen, die Zungenrede und Wunderheilungen. Es gab nachher auch denn in den weiteren Folgen der charismatischen Bewegung auch noch weitere Dinge beim Toronto-Sägen, wo das noch extremer wurde, aber das ist nicht das Thema, was wir uns heute anschauen. Man kann die Pfingstbewegung in sechs Wellen aufteilen. Erstens, die Pfingstbewegung selbst, die eigene Konfession gebildet hat, weil sie nicht geduldet waren in der großen Kirche und ihre Entstehung vor ungefähr 100 Jahren, über 100 Jahren gehabt hat. Zweitens, die charismatische Bewegung, die in den 60er Jahren denn in die Kirchen hineinkamen und wo dann die Türen offen waren und dann zuerst in der evangelischen und dann nachher auch in der katholischen und auch in allen anderen Kirchen den Fuß gefasst hat. Übrigens auch der Papst Franziskus ist auch einer, der sich zur charismatischen Bewegung innerhalb der katholischen Seite zählt. Drittens, wir haben die Power Evangelism oder auch auf Deutsch Evangelisation mit Kraft und Wundern, wo man dann sagte, gut, wir müssen jetzt durch Evangelisation das verbreiten. Und da hat man vor allen Dingen in Afrika und auch in anderen außereuropäischen Ländern sehr viel missionarische Aktivitäten gehabt und sehr viele Menschen erreicht. Und der Reinhard Bonnke ist einer der auch, der Deutsche, der auch hier sehr viel dort evangelisiert hat. Natürlich teilweise auch wirklich die Menschen zu Gott geführt hat, aber teilweise eben auch, denn diese übernatürlichen, exotischen, gefühlsmäßigen Dinge mit dabei waren. Die vierte Welle war der Toronto-Segen. Der Toronto-Segen war etwas, wo das Ganze noch weiter gesteigert wurde und das noch ekstatischer und noch extremer war. Und das war dann sogar so schlimm, dass selbst viele Charismatiker gesagt haben, das kann nicht mehr von Gott sein. Wo die Menschen dann rumgehüpft sind, geschrien haben und gezuckt sind und der ganze Saal manchmal umgefallen ist. Das sind also wirklich spiritistische, okkulte Phänomene dabei gewesen. Und deswegen sagten denn einige, ja wir müssen wieder ein bisschen nüchterner werden. Und deswegen war, als das Pendel zur einen Seite ausschlug, beim Toronto-Segen, kam eine Gegenbewegung, das war dann die Vilo-Krieg-Bewegung, die fünfte Welle, wo man dann die Prinzipien beibehalten hat, von dem charismatischen und dem Pfingsterischen Gedankengut, wo man dann aber diese übernatürlichen Phänomene rausgenommen hat. Da haben wir keine Zungenrede mehr und auch kein Umfallen und dieses übernatürlichen nicht mehr dabei. Aber die Prinzipien, die charismatische Musik und diese Dinge, die hat man noch gelassen, aber das wollen wir uns später mal anschauen, wie das denn funktioniert hat. Und die sechste Welle, die gekommen ist, das ist die Emerging Church-Bewegung. Die Emerging Church-Bewegung ist jetzt etwas, wo auch wieder diese charismatische Gedankengut weitergeführt worden ist und zwar jetzt angepasst auf den postmodernen Menschen. Weil der postmoderne Mensch sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, jeder hat seine eigene Wahrheit und jeder kann Gott so anbieten, wie er selber will. Und jetzt versucht diese Bewegung diesem Denken des postmodernen Menschen entgegenzukommen, dass man sagt, du kannst Gott so anbeten und der andere kann Gott so anbeten und jeder macht das, wie er selber will und das ist halt, wie es gut und richtig ist. Aber ich denke, in der Bibel haben wir nicht diese Beliebigkeit und diesen Pluralismus. Dieses postmoderne Denken ist der Bibel eigentlich fern. Aber das werden wir auch in einem späteren Vortrag uns noch genauer anschauen und auch sehen, wie das heute teilweise die Kirchen auch durchströmt und auch Auswirkungen hat. Gut, das waren die sechs Wellen der Charismatiker und der Pfingstbewegung. Ungefähr 200 bis 600 Millionen Christen sind Pfingstchristen, gehören zur Pfingstbewegung. Es ist nicht ganz einfach, die genaue Zahl festzustellen, weil die nicht immer genau alle irgendwo hochgeführt sind, aber man schätzt es auf 200 bis 600 Millionen Christen. Und in Deutschland haben wir ungefähr 300.000 Pfingstler, Christen, die sich zur Pfingstbewegung dazuzählen. Ja, schauen wir uns mal an, wo die Pfingstbewegung mit der Bibel übereinstimmt. Die Pfingstkirche. Sie haben natürlich auch, weil sie eine Freikirche sind, eine christliche Freikirche, haben sie auch die Prinzipien der Reformation übernommen, die vier Soli der Reformation. Erstens Sola Scriptura, allein die Schrift ist die Grundlage unseres Glaubens. Zweitens Solus Christus, allein Christus, erlöst uns und ist die Autorität für unser Leben. Drittens Sola Grazia, allein die Gnade. Und viertens Sola Fide, allein der Glaube. Hier geht es um die Erlösung, dass wir den Glauben durch die Erlösung bekommen und nicht durch gute Werke. Ja, was haben sie sonst noch für gute und richtige Lehren? Jesu Wiederkunft. Eigentlich haben die Charismatiker, das ist ja gedacht, die Pfingstler. Es geht um die Pfingstler jetzt. Sie haben schon eine starke Ausrichtung, dass Jesus kommen soll. Aber sie ist nicht ganz so stark, weil sie die Erfüllung und die guten Gefühle und das schöne Leben jetzt hier schon erwarten. Jesu Wiederkunft ist sicherlich auch bei ihnen im Fokus, aber nicht so stark, wie es eigentlich in der christlichen Welt so sein sollte. Die Glaubenstaufe. Sie haben auch die Erwachsenen-Taufe, die untertauchen und dass sie auch hier dem biblischen Vorbild folgen und auch das tun, was die Bibel sagt. Dass man nicht die Säuglinge, sondern Menschen tauft, die erwachsen sind, die sich entschieden haben und durch den Glauben den Weg gehen und getauft werden können. Siebtes ist das Abendmahl. Sie haben auch beim Abendmahlsverständnis das Verständnis, wie es auch die Bibel eigentlich sagt, dass das Abendmahl ein reines Erinnerungsmal ist. Dass es einen Symbolcharakter hat auf Jesu Tod und auf seine Auferstehung. Und dass wir hier nicht ein neues Opfer haben, wie in der katholischen Kirche und auch nicht eine Realpräsenz irgendwie untergeschoben, wie in der evangelischen Kirche, sondern den Symbolcharakter. Und dann haben sie etwas, wo sie sehr stark sind. Ich denke, stärker als fast alle anderen Kirchen und Freikirchen, nämlich die geistlichen Gaben. Sie sagen, dass jeder Gläubige mindestens eine Gabe bekommen hat und dass jeder Gläubige auch seine Gaben einsetzen soll. Die meisten Gaben sind auch, die sie ausführen und die sie auch ausleben, sind auch richtig und gut. Es gibt nur einige Gaben, die, denke ich, die sie falsch verstanden haben. Zum Beispiel die Gabe der Zungenrede, die Gabe der Prophetie oder auch die Gabe des Heilens. Wo, denke ich, das nicht genauso ist und Abläuf, wie das eigentlich von der Bibel her gedacht war. Aber das Prinzip her, dass sie die geistlichen Gaben schätzen und Wert darauf legen und auch schauen, welche Gabe habe ich und welche Gabe hast du. Und wie können wir das jetzt auch in unserem christlichen Leben ausführen und ausleben. Das, denke ich, ist ein Vorbild für die meisten anderen. Ja, wo haben wir Abweichungen von der Bibel? Wenn wir die Abweichungen jetzt besprechen, dann möchte ich wieder betonen, dass wir die Kirche nicht verurteilen wollen und auch nicht schlecht machen und auch nicht irgendwie verdammen, sondern dass wir einfach nur zeigen, was sagt die Bibel und wo gibt es Unterschiede zu dem, was sie glauben. Auch die Christen selbst, denke ich, gibt es auch in jeder Kirche, auch in den Pfingstlern, gibt es viele aufrichtige, bekehrte, gläubige Menschen. Die Abweichungen von der Bibel, ich habe erstmal die Liste hier und dann werde ich sie näher erklären und ausführen. Erstens die Sonntagsheiligung, zweitens die geheime Entrückung, drittens einmal gerettet, immer gerettet, viertens die Unsterblichkeit der Seele, fünftens die Zungenrede. Zum Ersten, die Sonntagsheiligung. Das haben wir bei den meisten Kirchen ja auch schon gehabt, das wiederholt sich immer wieder, aber leider muss man es immer wiederholen, weil es immer wieder vorkommt. Auch wenn alle Kirchen, fast alle Kirchen den Sonntag halten, ist es trotzdem deswegen nicht richtig. Ich habe hier einen Bibeltext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Verse 42 bis 44. Dort heißt es, als Paulus dort predigte, Wir sehen, dass der Sabbat bei der Schöpfung eingesetzt worden ist, am Sinai schriftlich gegeben worden ist, in den zehn Geboten, die heute noch Gültigkeit haben, dass das Volk Israel den Sabbat gehalten hat, Jesus hat den Sabbat gehalten und die Apostel haben den Sabbat gehalten und die Urgemeinde. Jetzt sagt man ja, okay, sagen die Kritiker, das mag zwar richtig sein, aber Paulus und Silas und auch die anderen und Barnabas, die haben ja, als sie dann umhergezogen sind, wo haben sie sie erst verkündigt? Sie haben erst den Juden verkündigt. Und wo haben die Juden sich getroffen? In den Synagogen. Also haben sie sie erst den Juden in den Synagogen gepredigt. Und das ist ja klar, und die haben sich am Sabbat getroffen, also haben sie am Sabbat bei den Juden gepredigt. Aber haben sie dann gesagt, am Sonntag haben sie sich mit den Heiden getroffen und dort gepredigt. Stimmt das? Nein. Das erste stimmt zwar, dass sie den Juden gepredigt haben, aber was sagt der Text hier aus? Hier steht, sie hatten am Sabbat die Predigt gehalten und dann steht hier, dass baten die Heiden, hier steht extra das Wort Heiden im Grundtext, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal davon reden sollten. Also die haben nicht gesagt, okay, heute ist Sabbat, heute predigen wir den Juden und morgen ist Sonntag, da kommen dann die Heiden und hören uns zu. Nein. Paulus hat gesagt, wir haben die Woche zu tun, wir müssen sechs Tage arbeiten, am nächsten Sabbat die nächste Predigt. Also ganz klar, auch die Heiden haben am Sabbat ihre Predigten gehabt. Und dann steht hier sogar, am nächsten Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen. Würde ich manchmal auch mir wünschen, wenn die Predigte erhalten, dass auch mal die ganze Stadt kommen würde und zuzuhören. Das war damals noch ein bisschen anders, als es heute ist. Aber, wenn es heißt die ganze Stadt, das waren damals ja keine jüdischen Städte, das waren damals ja heidnische Städte. Das bedeutet, dass über 90 Prozent der Menschen, die gekommen sind, nicht Juden waren, heiden waren. Wann kamen sie? Am Sabbat. Paulus hat am Sabbat gepredigt. Daran können wir sehen, dass der Sabbat auch in der Urchristenheit noch ganz normal der Ruhetag war, der den Gott eingesetzt hat. Und Jesus hat sogar vorausgesagt, dass der Sabbat noch gehalten werden sollte in der Zukunft. Er hat nämlich vorausgesagt, dass die Jerusalem zerstört werden würde, 70 nach Christus. Das Datum hat er nicht genannt, aber er hat gesagt, in dieser Generation wird es noch geschehen, bevor 40 Jahre um sind. Und so kam es auch. Und dann sagt er, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Warum hat er das gesagt? Im Winter ist klar, weil man im Winter fliehen muss aus der Stadt, dann ist das schlecht, weil es kalt ist. Und der Sabbat, er hat es gesagt, weil er davon ausgeht, dass auch 70 nach Christus der Sabbat noch gehalten werden sollte. Wenn man am Sabbat flieht, dann kann man eben halt nicht den Sabbat so halten, wie es eigentlich gut wäre und Gott es möchte. Deswegen ist es deutlich, dass der Sabbat auch nach Jesuzeit in der Urgemeinde noch gehalten werden sollte. Ja, der zweite Punkt, den wir hier sehen bei der Pfingstbewegung, die geheime Entrückung. Das ist auch etwas, was bei ihnen sehr stark ist, auch beeinflusst von den Baptisten, die auch diese geheime Entrückung sehr stark forcieren und auch im Blickfeld haben, dass sie eben sagen, dass bevor Jesus wiederkommt, dreieinhalb Jahre vor der Wiederkunft Jesu, dass dort die Gläubigen in den Himmel entrückt werden und dann kommt die Trübscherszeit auf diese Erde, die Plagen, und dann kommen die Gläubigen mit Jesus zusammen auf diese Erde zurück und dann werden sie auf diese Erde hier ein tausendjähriges Friedensreich aufrichten. Aber das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt in Thessalonicher, erster Brief, Kapitel 4, Vers 16 und 17, Denn er selbst, der Herr, wird herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entdrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Ganz wichtig, wann ist die Entrückung? Nicht geheim vor der Wiederkunft Jesu, eigentlich sagen sie jetzt zu dem Text, naja, das ist halt die Wiederkunft Jesu dreieinhalb Jahre vorher. Jesus kommt zweimal wieder. Einmal kommt er unsichtbar wieder, um die Gläubigen geheim mitzunehmen, und einmal kommt er sichtbar wieder, wo denn die Toten auferstehen werden. Aber Moment mal, sag ich denn, die Toten auferstehen werden? Wann stehen die Toten auf? Bei der ersten oder bei der zweiten Wiederkunft? Sagen Sie, bei der zweiten. Bei der ersten ist es ja geheim. Da werden ja die entdrückt. Gut, aber was sagt der Text? Der Text sagt, dann werden die Toten Gläubigen auferstehen, dann kommt die Entrückung erst. Also der Text ist so deutlich, dass es keine Entrückung gibt, die nicht mit der Auferstehung der Toten zusammenpasst. Das heißt also, wir haben die sichtbare Wiederkunft Jesu, nämlich hier steht auch, er kommt, und er wird sogar aufgezählt, dass er sichtbar und hörbar wiederkommt. Die Stimme des Erzengels und die Personne Gottes erschallen. Und dann kommt er vom Himmel herab, und dann werden die Toten auferstehen, die Gläubigen, Toten, alle Zeiten, und dann werden die lebenden Gläubigen gemeinsam mit den gestorbenen Auferstandenen entrückt werden in die Luft, und dann werden wir bei Gott sein. Also Jesus kommt nicht wieder, um auf diese Erde ein Reich aufzurichten, sondern er kommt wieder, um uns mitzunehmen, dass wir in den Himmel kommen und dann bei ihm sind. Das ist ganz wichtig, deswegen ist der Text so wichtig, das ist der Thessaloniker Text, um zu zeigen, dass die geheime Entrückung nicht der Bibel entspricht. Das Problem ist, dass mit dieser falschen Vorstellung über die Endzeit, über die letzten Ereignisse, natürlich auch die Gefahr ist, dass man das Echte, wenn es kommt, wenn man das nicht glaubt, nicht wahrhaben will und verführt wird. Das war bei Jesus Zeit auch so. Warum haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten Jesus abgelehnt? Sie kannten doch die Schrift, oder? Natürlich. Keiner kannte die Schrift besser als sie. Doch nur einer, Jesus kannte sie besser. Aber sie haben die Prophezeiungen auch ausgelegt, aber falsch ausgelegt. Sie haben nämlich die Messias-Prophezeiungen so ausgelegt, dass der Messias König werden würde und die Römer vertreiben würde und dass sie wieder als Nation, eine große Nation werden würden. Und durch diese falsche Auslegung der Prophetie haben sie den Messias, der gekommen ist, um zu sterben, für die Sünden abgelehnt. Selbst die Jünger hatten dieses falsche Messias-Bild ja gehabt. Und sie haben noch gefragt, wann wirst du dein Reich aufrichten? Und sie haben ja noch beim Abend vor seinem Tod darüber gestritten, wer denn welche Posten in Gottes Jesu Reich haben würde. Das heißt, es war gar nicht so einfach, dieses falsche Denken aus den Köpfen herauszubekommen. Aber durch diese falsche Prophetieauslegung haben die Juden Jesus abgelehnt. Und ich befürchte, dass es in der Endzeit genauso sein könnte, dass es viele falsche Prophetieauslegungen gibt über die Endzeit, mit der geheimen Entrückung und mit Israel und mit den ganzen Dingen. Dass Israel nochmal eine Rolle spielen wird als Gottes Volk. Und dass durch diese falsche Prophetieauslegung man auf einem Gleis gerät, wo man das Echte nicht mehr sieht. Die Prophetie ist so deutlich für die Endzeit. Ich denke, wo in der Endzeit die Dinge passieren werden, die wichtig sind, das finden wir in Rom und in Washington. Das sind die Stellen, wo man hinschauen muss, wo Dinge passieren, die eine Endzeit-Bedeutung haben. Und nicht auf die geheime Entrückung oder nach Jerusalem. Gut, aber deswegen dieses Thema geheime Entrückung ist ein wichtiges Thema, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man hier Schritt für Schritt die Prophetie erklärt und versteht und sieht, was die Bibel dazu sagt. Punkt 3. Einmal gerettet, immer gerettet. Das ist auch etwas, was in der Christenheit, in der evangelikalen Christenheit sehr weit verbreitet ist. Im Korinther, erster Brief, Kapitel 10, Vers 12, heißt es, darum, wer meint, dass er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Das bedeutet, es ist möglich, wenn wir stehen, dass wir auch fallen können. Und es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo das passiert ist, uns, wir dürfen zwar wissen, dass wir jetzt gerettet sind, dass wir Heilsgewissheit haben dürfen, aber wir müssen auch eine Heilssorge haben, dass wir nicht vom Glauben wieder abfallen. Wenn das so wäre, einmal gerettet, immer gerettet, dann wäre die Frage, warum versucht Satan überhaupt die Christen zu verführen, wenn sie gar nicht mehr fallen können. Aber gerade weil sie fallen können, ist Satan so kräftig dabei, dass er Irrlehren bringt und Verführungen bringt und die Christen wieder von Gott wegziehen möchte, wegführen möchte. Und bei vielen hat er auch Erfolg. Und wenn wir uns die Gemeinde Laudezea anschauen, dann sagt Gott, dass die Gemeinde lau ist. Und er sagt dann, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht umkehrst, dem werde ich dich aussparen aus meinem Munde. Das heißt, dass die Christen, die sich mal bekehrt hatten, aber lau geworden sind, dass sie am Ende verloren gehen werden, wenn sie sich nicht neu zu Gott hinwenden und sich neu bekehren. Man kann vom Glauben auch wieder abfallen. Viertens, die Unsterblichkeit der Seele. Übrigens, es gibt manche der Pfingstler, die diese Lehren, Sonntag oder auch Unsterblichkeit der Seele und so weiter, auch schon erkannt haben aus der Bibel und auch der Bibel folgen und nicht den Lehren ihrer Kirchen. Deswegen, es gibt auch unter den Pfingstlern auch einige, die auch hier offen sind und weil sie eben so bibeltreu sind und die Bibel lesen und dem auch folgen wollen. Ja, die Unsterblichkeit der Seele ist ja genauso wie der Sonntag. Es ist leider eine Lehre, die wir fast jeder Kirche wiederfinden und die wir immer wiederholen müssen und sagen, hier ist einfach ein Fundament gelegt von der katholischen Kirche aus dem Heidentum heraus, was nicht der Bibel entspricht. 1. Mose 2, Vers 7, dort finden wir die Beschreibung, wie der Mensch zusammengesetzt ist und wie Gott den Menschen geschaffen hat. Dort heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott hat den Menschen nicht die Seele eingehaucht, sondern er hat den Menschen gebildet aus der Erde und hat ihm dann den Odem eingehaucht und der Odem ist eine unpersönliche Kraft, das ist der Atem, der Ruach und das Ergebnis, der ganze Mensch, der Körper plus der Ruach zusammen bildet der Nefesh die Seele. Das heißt, der Mensch hat keine Seele, sondern er ist eine Seele und unsterblich ist der Mensch schon gar nicht. Gott allein ist unsterblich und der Mensch kann natürlich sterben, weil er sündig ist. Fünf sind die Zungenrede. Hier kommen wir zu einem Punkt, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden. Die Charismatiker und die Pfingstler sagen, dass das Kauderwelsch, was sie praktizieren, dass das der biblischen Zungenrede entspricht. Vor allen Dingen 1. Korinther 14. Wenn wir uns die Übersetzung anschauen, gerade die Luther-Übersetzung, dann müssen wir feststellen, dass die Übersetzung auch so formuliert ist, dass wenn man sie das so auf den ersten Blick liest, dass das tatsächlich dem entspricht, was dort praktiziert wird. Aber wenn man sich den Grundtext anschaut und auch vor allen Dingen die anderen Texte, dann wird das Ganze viel deutlicher. Es gibt nämlich ein Prinzip. Wenn wir die Bibel lesen und auslegen, es gibt ein wichtiges Prinzip. Das lautet, es gibt schwierige Texte in der Bibel und es gibt einfache und eindeutige Texte in der Bibel. Jetzt kann man hingehen und die schwierigen Texte nehmen und aus diesen schwierigen Texten Theologien machen. und Theorien machen, die auf den falschen Weg gehen. Deswegen muss man die schwierigen Texte erklären mit den einfachen Texten. Das heißt, man muss gucken, wo gibt es Texte über dieses Thema, die eindeutig sind und einfach sind. Und mit den Texten muss man dann die schwierigeren Texte erklären. Und so muss man das hier auch machen. Nämlich, die Zungenrede kommt zum ersten Mal vor. Eigentlich heißt das Wort Sprachenrede. Sprachengabe, Sprachenrede. Und sie kommt zum ersten Mal vor bei Pfingsten. Als der Heilige Geist ausgegossen worden ist, Apostelgeschichte Kapitel 2. Und dort lesen wir in Vers 4. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das heißt, hier finden wir zum ersten Mal, dass die Jünger Sprachen gesprochen haben für die anderen Menschen. Das müssen wir uns mal anschauen, was passierte hier. Erstens, das Wunder war nicht in den Ohren der Hörer, sondern auf den Lippen der Verkündiger. Denn hier steht extra, sie haben die Sprachen so gesprochen, wie der Heilige Geist ihnen das gab, wie sie es aussprechen sollten. Und zweitens, diese Sprachangabe war dazu da, um das Evangelium zu verkündigen in anderen Sprachen, damit sie Menschen in ihren Sprachen hören und sie bekehren können. Deswegen haben die Menschen auch gesagt, denn warum hören wir die alle in unserer Sprache sprechen? Und die Perser und die Meder und die von Frenützien und von überall, das heißt also, sie haben ihre Sprachen gehört. Das heißt, da hat nicht einer gesprochen und die haben alle jeder ihre Sprache gehört, sondern da waren die verschiedenen Jünger und jeder hat gepredigt eine andere Sprache und jeder hat dann von den Zuhörern da in der Sprache das gehört, wo er, was seine Sprache war. Warum ist das wichtig? Weil die Pfingstler und auch die Charismatiker meistens behaupten, dass das Pfingstwunder und das Kauderwelsch von 1. Korinther 14 nicht zusammengehören. Dass es vollkommen verschiedene Dinge sind. Und deswegen sagen sie, warum ist das verschieden? Weil sie sagen, in Apostelgeschichte 2 bei Pfingsten war es ein Hörwunder. Das heißt, da war das Wunder in den Ohren der Hörer und nicht auf seinen Lippen Verkündiger. Und deswegen ist in 1. Korinther 14, dort ist es so, dass das Wunder, das Übernatürliche, eben auf den Lippen der Redner ist. Und deswegen ist es unterschiedlich. Aber das ist nicht wahr. Es ist bei beiden das Wunder Gottes auf der Lippe. Und deswegen ist es das Gleiche. 1. Korinther 14 ist das gleiche Phänomen wie Apostelgeschichte 2. Und wenn man das übereinbringt, dann macht es sogar auch Sinn. Wenn man 1. Korinther 14 studiert und liest, dann kann man sehen, das Problem ist nämlich jetzt hier, dass die Korinther diese Gabe der Zungenrede, der Sprachangabe, missbraucht haben. Sie haben sie gehabt, aber falsch eingesetzt. Und Paulus korrigiert sie jetzt. Er sagt jetzt hier nicht in 1. Korinther 14, was ist jetzt das Echte? Wie geht jetzt Zungenrede? Sondern er korrigiert ihr Fehlverhalten. Und das rückzuschließen von seiner Argumentation über ihr Fehlverhalten, was das Echte jetzt ist, was haben sie gemacht? Das ist sehr, sehr schwierig in diesem Text. Aber man kann es machen, wenn man Pfingsten als Grundlage hat. Auch in 1. Korinther 14 geht es darum, dass sie andere Sprachen gesprochen haben, aber diese Sprachangabe missbraucht haben. Sie haben nämlich in ihrer Gemeinde in Korinth diese Sprachen benutzt. Sie haben in dieser Sprache gebetet oder verkündigt oder was gesagt und keiner hat es verstanden. Und Paulus sagt, das ist doch Unsinn. Gott hat diese Sprachangabe gegeben, damit das andere verstehen, die diese Sprache sprechen, aber nicht, damit ihr hier redet und keiner versteht es. Er redet in den Wind. Er sagt dann, wenn ihr schon reden wollt in der anderen Sprache, dann muss es auch übersetzt werden. Und er sagte, die Korinther waren aufgeblasen, sie waren fleischlich und deswegen sagt er, das ist nicht in Ordnung, was ihr dort macht. Er sagte, der Sinn ist immer, dass wir verständlich reden. Er sagt, ich rede lieber drei Sätze verständlich als einen ganzen Vortrag, was kein Mensch versteht. Also es geht hier um die Sprachangabe. Interessant ist jetzt folgendes. Die Sprachangabe ist dafür da, das Evangelium in anderen Sprachen zu verbreiten, dass es gehört wird und die Menschen sich entscheiden können, weil sie es hören und vom Heiligen Geist geführt sind und Entscheidungen treffen. Das Kauderwelsch ist genau das Gegenteil. Hier werden künstlich Sprachbarrieren aufgebaut, die eigentlich gar nicht da sind. Und hier sagt man, dass dieses Kauderwelsch ist eigentlich nur dafür da, um den Redner selbst zu erbauen. Aber Paulus sagt, dass die, in erster Grund der Zwölf, dass die geistlichen Gaben alle dazu da sind, dass der Leib Jesu erbaut wird und dass es zum Nutzen für die anderen sein soll und nicht für mich selbst. Deswegen ist dieses Kauderwelsch nicht eine geistliche Gabe. Außerdem ist es so, dass dieses Kauderwelsch bei den Pfingstlern und auch bei den Charismatikern keine Sprache ist. Sie sagen ja, das ist eine Engelsprache. Nein, das ist nur eine Aneinanderreinung von Silben. Das ist keine echte Sprache. Es hat weder Syntax noch Grammatik und überall ist dieses Kauderwelsch gleich. Ist egal, von welchem Land die Leute das machen. Und von daher, weil es keinen Sinn hat und noch keinen Sinn ergibt, kann man es auch nicht übersetzen. Es gibt manche, die sagen dann, ja, der Bruder hat so und das und das gesagt. Der kann das prüfen, ob das stimmt. Das kann man gar nicht übersetzen, weil es gar keinen Sinn hat. Vielleicht kennen Sie das Lied von diesem Auf einem Baum ein Kuckuck saß. Und dann gibt es immer zwischendurch diese Silben, wo man sagt, Sim saladim, bambasal du saladim. Was hat das zu bedeuten, diese Silben? Nichts hat es zu bedeuten. Das ist einfach nur so in dem Lied drin als Spaß. Und genauso wie diese Silben keinen Sinn haben und nicht übersetzt werden können, kann man auch nicht das Kauderwelsch übersetzen, was keinen Sinn hat. Deswegen, dieses Kauderwelsch kommt nicht aus der Bibel, das ist keine biblische geistliche Gabe, das kommt aus dem Okkultismus. Dort finden wir nämlich diese Phänomene, wenn die Schamanen, das kommt aus dem Schamanentum, wenn die Schamanen um ihr Feuer getanzt sind, im Voodoo-Kult und in die Exase sich gebracht haben, dann haben sie genau dieses, dieses Zungenrede, dieses Kauderwelsch, genau das benutzen sie dann. Oder auch in den anderen Religionen, in anderen, auch andere Schamanen auch. Es gibt Schamanen in allen Völkern, Naturreligionen. Und wenn die Schamanen sich in die Exase gebracht haben, dann ist dieses Phänomen der extatischen Zungenrede sichtbar und des Kauderwelsch. Das heißt, das ist die Wurzel. Deswegen ist eigentlich das, was man hier sieht, dieses Kauderwelsch bei den Pfingstern und Charismatikern ist ein christlicher Schamanismus. Diese Zungenrede kommt auch erst dann, wenn man sich selbst in eine gewisse Ekstase hineingebracht hat. Das heißt, man muss dann Lieder singen, die dann so aufgebaut sind, dass sie immer mehr das Gefühl mitnehmen und dann irgendwann kommt der Punkt, wo es überschwappt und dann kommen diese Phänomene. Das ist also aber nicht, das finden wir in der Bibel nirgendwo. Paulus sagt nicht, jetzt singt mal 20 Lieder und bitte immer ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver und immer ein bisschen mehr Rhythmus dabei, damit ihr dann endlich auch eure Sprachengabe machen könnt. Nein, sagt Paulus nicht. Sondern das ist eine menschliche, menschliche Vorbereitung für ein Phänomen, was teilweise menschlich ekstatisch ist, teilweise auch dann, wenn es aus dem Okkultismus kommt, auch okkulte Hintergründe haben kann. Deswegen, die Zungenrede ist ein wichtiger Punkt. Es geht sogar so weit, dass die Pfingstler am Anfang gesagt haben, dass die Zungenrede ein Beweis dafür ist, dass du bekehrt bist. Und wer die Zungenrede nicht hat, ist nicht bekehrt. Da sind sie mittlerweile schon von abgekommen. Da sind sie ein bisschen, sie sagen mittlerweile, die Geistestaufe ist entscheidend. Aber selbst die Geistestaufe ist etwas, was nicht dem biblischen Bild entspricht. Bei der Bibel steht, dass die Wassertaufe und die Geistestaufe identisch ist, gleichzeitig ist. Wenn der Mensch getauft wird, wird ihm die Hand aufgelegt und dann kommt der Heilige Geist in ihn und der Heilige Geist führt ihn auch, dass er in seinem christlichen Leben weitergeführt wird. Bei den Charismatikern, bei den Pfingstlern ist es so, dass die Geistestaufe eine zweite Bekehrung ist, eine zweite Taufe ist. Dass man dann irgendwann ihn in die Hände auflegt und dann erleben sie einen Kraftstrom durch sich durch und sie erleben übernatürliche Phänomene, dass sie umfallen oder dass sie zucken oder zappeln oder dieses Kauderwelsch haben. Und das sagen sie denn, das ist das Zeichen der Geistestaufe, was man braucht, was jeder Christ eigentlich braucht. Und wenn Christen das nicht haben, dann sind sie keine echten Christen. Aber diese Geistestaufe ist eigentlich auch schamanistischer, ein schamanistischer Hintergrund, wo man diese Kräfte spürt in sich und das ist nicht biblisch. Ja, letzter Punkt, die Hinweise. Was können wir bei charismatischen oder pfingsterischen Christen sagen? Erstens, die Bibel lesen. Und ich freue mich, dass gerade die pfingsterischen Christen in diesem Punkt sehr, sehr stark sind. Ich lese erstmal noch die anderen Punkte vor. Die biblische Prophetie studieren. Drittens, die Beziehung zu Jesus stärken, vertiefen, den Gehorsam, der Halten der Gebote. Und hier möchte ich einen ganz wichtigen Punkt hinzufügen, was ich für diese Christen ihnen sagen möchte. Gottes Wort soll höher stehen als das eigene Gefühl. Aber erstmal die Punkte im Einzelnen. Die Bibel lesen. Hier habe ich einen Bibeltext aus Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommt, das ist der Heilige Geist, und die Pfingster sagen ja, dass sie den Heiligen Geist besonders stark haben. Aber was wird der Heilige Geist tun? Jesus sagt in Johannes 16, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das heißt, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird er nicht, Jesus sagt nicht, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er euch schöne Gefühle machen und dass ihr endlich mal high seid. Nein. Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und was ist denn alle Wahrheit? Das ist die Bibel. Jesus sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, der Heilige Geist wird uns dazu führen, um die Bibel zu lesen und in der Bibel Jesus kennenzulernen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Heilige Geist führt uns in zwei Dinge. Er führt uns in die Wahrheit und das ist die Bibel und Jesus. In diese zwei Dinge. Das heißt, der Heilige Geist zeigt uns Jesus und führt uns zu Jesus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Und wenn wir meinen, wir hätten den Heiligen Geist, aber der uns von der Bibel wegführt, abhält, dann ist es nicht der Heilige Geist. Es geht nicht um das Gefühl, sondern es geht hier um das Wort. Das Wort zu lesen. Und was wird er noch tun? Er wird das reden, was zukünftig ist. Das heißt, es geht hier um Prophetie. Der Heilige Geist wird, wenn er einen Menschen erfüllt hat, wenn er einen Propheten berufen hat, zukünftige Dinge offenbaren. Zum Beispiel die Offenbarung, dem Johannes in der Offenbarung. Und das ist wichtig, dass wir dieses Geisteswirken erkennen, studieren und in unser christliches Leben mit hineinnehmen. Zweitens, die biblische Prophetie studieren, habe ich gerade schon kurz erwähnt. Daniel 12, Vers 4. Dort steht, Du aber, Daniel, bewahr diese Botschaft sorgfältig auf, nach Hoffnung für alle Übersetzung. Schreib all diese Worte in ein Buch und versiegel es, bis das Ende der Zeit gekommen ist. Viele werden es dann erforschen und zu immer größerer Erkenntnis gelangen. Ein wunderbares Zitat. Hier haben wir die Prophetie. Das Buch Daniel ist ja Prophetie, Weltgeschichte. Und was sagt der Engel zum Buch Daniel? Versiegle das. Und zwar wie lange? Bis zum Ende der Zeit. Und dann werden die Menschen es lesen und in dem Buch Daniel große Erkenntnis finden. Und genau das ist passiert. Über Jahrhunderte konnten die viele Christen das nicht zum Anfang. Sie konnten das nicht verstehen. Aber seit ungefähr 150 Jahren haben wir eine Erkenntnis über das Buch Daniel. über die Bedeutung, über die Auslegung, die Erfüllung. Und das nimmt immer weiter zu. Und je weiter wir fortschreiten in der Geschichte zum Ende hin, desto mehr Erkenntnisse werden wir finden. Denn hier steht, es wird zu immer größerer Erkenntnis führen. Das heißt, die Erkenntnis wird zunehmen. Und damit es zunehmen kann, müssen wir es auch lesen und darum beten. Und wir müssen das Licht, was wir vorher schon hatten in dieser Auslegung, nämlich das ist die historische Auslegung der Prophetie, dass die erfüllte Prophetie die ganze Geschichte beschreibt, dass wir das als Grundlage haben und da, was die Reformatoren uns schon vorgelebt haben und gesagt haben, dass wir dem folgen und darauf aufbauen und weitergehen. Deswegen ist die Prophetie so wichtig, weil die Prophetie uns zeigt, was in der heutigen Zeit richtig und falsch ist, dass wir bewahrt werden. Drittens, persönliche Beziehung zu Jesus. Da muss ich sagen, da sind eigentlich auch die Pfingsterischen Brüder und Schwestern sehr stark drin, dass sie sagen, wir wollen eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Philippe 1, Vers 21 sagt Paulus, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn Christus mein Leben ist, dann heißt das, dass ich für ihn und mit ihm lebe, dass er in meinem Leben den ersten Platz hat und dass mein ganzes Leben nach ihm ausgerichtet ist. Viertens, der Gehorsam, Halten der Gebote. Apostelgeschichte Kapitel 5, 32, das ist ein ganz wichtiger Text, der gerade für Pfingsterische Christen so wichtig ist. Hier sagt Petrus, wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Was heißt ihm gehorchen? Das heißt, wenn wir seinen Willen tun, was ist sein Wille? Ein Teil seines Willens sind die zehn Gebote. Und die zehn Gebote, ein Teil der zehn Gebote ist der Sabbat. Das heißt, wenn wir Gott gehorchen, wenn wir das tun, was er sagt, je mehr wir ihm gehorchen, desto mehr kann der Heilige Geist wirken. Und wenn der Heilige Geist wirkt, wird er uns wieder zum Gehorsam führen. Das verstärkt gegenseitig. Und je mehr wir wieder gehorsam sind, desto mehr kann der Heilige Geist wieder wirken. Aber wenn Christen da sind, die sagen, ich habe den Heiligen Geist, aber ich möchte Gott nicht gehorsam sein und den Sabbat nicht halten, dann kann etwas nicht stimmen. Weil der Heilige Geist immer zur gleichen Wahrheit führt, wie er damals, als er die Schreiber der Bibel inspiriert hat. Deswegen wird der Heilige Geist Menschen immer zur biblischen Wahrheit führen und zum Willen Gottes führen, zu den Zehn Geboten führen und auch zum Sabbat. Und fünftens Gottes Wort statt Gefühl. Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind die neuen Bereiche der Frucht des Geistes. Und das wird bei jedem Christen sein. Und der letzte Punkt ist mir hier wichtig, wir könnten jetzt über alle aus Fühle sprechen, aber der letzte Punkt ist wichtig, die Selbstbeherrschung. Man könnte auch sagen, Selbstkontrolle. Das bedeutet, je mehr wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, desto mehr werden wir Selbstkontrolle haben. Das heißt, dass der Heilige Geist uns Kraft gibt, Dinge in unserem Leben auch zu kontrollieren. Das heißt, wenn wir Süchte haben, wenn wir Schwierigkeiten haben, dass wir die Kraft haben von Gott, dass unser Wille auch über unsere Triebe, unsere Leidenschaften herrschen kann. Aber bei, gerade bei den Pfingsterischen Christen sieht man oftmals, bei charismatischen Christen, dass die Selbstkontrolle verloren geht. wenn sie dieses übernatürliches Gefühl haben, wenn sie diese Erlebnisse haben, wenn sie umfallen oder auch in der Zungenrede oder bei den anderen Dingen, bei diesem Kauderwelsch oder bei dem Ruhenden Geist, bei vielen Dingen, geht die Selbstkontrolle verloren. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist führt. Der Heilige Geist führt in die Selbstkontrolle hinein. Und alles, was die Selbstkontrolle ausschaltet, ist nicht vom Heiligen Geist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen und erkennen können, was macht der Heilige Geist. Der Glaube ist entscheidend und nicht das Gefühl. Gefühle können täuschen. Satan kann auch Gefühle hervorbringen. Wir müssen das Wort einfach annehmen und dem Wort folgen, dem Wort glauben. Auch wenn das Gefühl manchmal schwierig ist. Als Gott dem Abraham sagte, nimm deinen Sohn und opfere ihn. War sein Gefühl nicht positiv. Er hat nicht Hurra gerufen. Er hat das getan, was Gott gesagt hat. Er hat einfach Gottes Willen umgesetzt. Und das möchte ich für uns auch aufrufen, dass wir Gottes Willen erkennen, Gottes Wort lesen, dass wir die Selbstbeherrschung üben, dass wir das, was wir erkannt haben, umsetzen. Dass Gottes Wort an erster Stelle besteht und nicht mein Gefühl. Und Gott wird es segnen. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass wir Jesus Christus haben, der uns erlöst hat, der für uns eingestanden ist und immer noch im himmlischen Heiligtum für uns eintritt. Und wir danken dir für den Heiligen Geist, dass du ihn gesandt bewahre uns vor falschen Auswüchsen. Zeig uns und gib uns die Gabe der Geisterunterscheidung, zu erkennen, wo dein Geist wirkt und wo er nicht wirkt. Herr, lass uns dein Wort noch mehr studieren und dass dein Heilige Geist uns dazu führt, dein Wort zu verstehen und in unserem Leben umzusetzen und in die richtige Richtung zu gehen. So segne du uns und bleib bei uns. In Jesu Namen. Amen. Das war das Thema über die Pfingstbewegung und zwar Thema Nummer 11 und herzliche Einladung zum nächsten Thema. Das geht um die sieben Tagsorientisten, die Reformationsbewegung. Ich freue mich, das Thema mit Ihnen beim nächsten Mal zu behandeln. Bis zum nächsten Mal.